Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Kai und heute spielen wir wieder einen Loot Run mit Odoman und Andre. Hey Freunde, was geht ab? Jetzt wegen von Joel. Das wird ordentlich geblasen. Leute, schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Schreibt einen Kommentar für den Algo, checkt die Jungs ab und viel Spaß beim Video. So Jungs, seid ihr ready für den Loot Run? Nein, ich bin nicht ready, warte kurz. Warte, ich bin nicht ready, warte kurz. Ich bin auch nicht ready, warte kurz. Okay, wie er schön losredet. Ich bruch da gefallen. Ey, glaubst du, Kalle, hast du uns geglaubt? Ey, ich bin tot. Also Leute, erster Punkt ist bei Level 10. Sprich, ihr müsst mitzählen, wer erst Level 10 ist, bekommt zuerst eine Kiste. Das geht immer so weiter. 1, 2, 3. Nein, ich bin so schlecht. Klettern ist auch. Man kann nicht klettern. Kalle, was hast du ausgesucht? Digga, es ist OG-Loot, man. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin bei 6. Ich kacke ab. Ich bin runtergefallen. Ja! Aber warte mal, man bekommt nur einen, der wird zurückgesteckt. Ey, Kalle, überholt mich, Jungs! Glaub, ich bin gleich da. Ich kann nicht zählen, deswegen weiß ich's nicht. Ich bin runtergefallen. Kalle, wo sind wir? Für jedes Level kriegst du eine Münze. Level 4. Oh, lol. Was für 10, Junge, sag das doch gleich. Ah, nein, du bist ein Wal-Kist. Wir sind bei 10, ich bin ein Wal. André ist ein Wal, er kriegt eine Kiste. Jetzt müssen wir einfach da hinkommen. Und Odoman blockt mich. Warum machst du like das? Ach, Kalle, warum musst du wieder in dem Joghurt sein? Du bist im Rucksack. Du bist im Joghurt. So ein Joghurt. Und der Joghurt ist im Rucksack, also bin ich in... Nein, das füllen wir nicht weiter aus. Bin ich ein Motorrad? André, don't think about that. Bitte mach's, André, bitte. Oh, das ist Secret. Oh, du Mann! Du bist so ein Föhn. Ja, nicht dir, Junge. Wer wäre nicht gerne ein Föhn? Oh, du Mann, du Föhn. Ich würde den ganzen Tag... Ich hab'n Föhn. Mein Föhn, der heißt Kalle. Anna! Okay, Entschuldigung, der heißt Anna. Einfach Momentum. André, bitte nicht! Hab's geschafft. Mir macht egal. Wir haben eh keine Truhe bekommen. Kalle, du musst jetzt piepen in 3, 2, 1. Kalle, piep. Okay. Einfach hier stehen bleiben oder fettig einfach runter. Ich sag dir ehrlich, ich schlieb nach. Warte, warte. Quick ads, quick ads. Warte, ich mach Musik. Ich mach Musik. Okay. Was Musik? Was? Was? Okay. Die erste Kiste hat André. Ich würde sagen, nicht lange fückeln, weiter. Odomann, bitte, GZSZ. Odomann, warum bist du so? Odomann, gute Zeiten. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Die Frage ist, was macht man, wenn man keine Kisten kriegt? Kriegen wir eine graue Waffe wie andere Letzten? Ja. Eine graue Pistole. André hat ja letztes Mal auch keinen Dingskrieg, keine Kisten. Ja, machen wir so. Okay. Weil ich hab das Gefühl, dass wir keine Waffe haben. Ich glaub, du kriegst eine graue Pistole, Kalle. Glaub ich auch. Kalle, ich glaub, du kriegst eine graue Kistole. Ich glaub, du bist grau. Gönn ich dir, dass du tot bist. Odomann blockt mich. Das zählt nicht. Was laberst du? Du bist noch nie geblockt. Wollen wir auf Kalle warten, den Loop, oder was? Yo, Bro, das werden wir eh nicht schaffen. Ja, okay. Ich hab's geschafft. Ich bin gestorben. Wer Ehrenmann ist, triggert die Falle für mich. Wer nicht, der ist nicht Ehrenmann. Können wir hier das Level skippen? Hallo, ich bin's kein Ehrenmann. Dann können wir halt selber. Pff, gemein. Mann, ey, das ist so schlecht, Mann. Ach so, ja, okay. Digga, was erwartet der von mir? So ich tatsache, der? Weißt du, was für Sprünge sind es? Das sind, das sind. Moamentum. 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 Give me some Moa. Abooo. Ich komm da nicht rüber. How you do like that? Weil? Rüber. Alles ist gedeckt auf den Channel, Digga. Oh, nochmal rüber da. Ich hab geschummelt. Trommelwirbel, bitte. Odermann, ich geb dir nen Tipp. Ey. Ey. Was denn? Kalle, ich geb dir nen Tipp. Odermann will schummeln. Kalle, ich schummel nie. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ich bin bei 18. Du weißt, ich geb auf, Bro. Ich seh das noch. Nein. Du bist so ein Esel. Kalle, ich bleib mir nicht. Komm schnell. Ich hab noch drei Dinger. Odermann blockiert mich wie so ein Baum. Einfach ein Baum. Ja, ich bin da, Digga. Mit so Ästen. Digga, du bist ein Baum mit Ästen. Weißt du das? Ja. Guck mal, er kauft sich immer hier Sachen. Ja, aber ich troll euch damit. Wissst du? Du ekelhafter. Geht weiter oder was? Okay, André hat anscheinend so zwei Kisten. Das heißt, es geht jetzt weiter, wer zuerst die Kisten hat. Nein, ich bin mit Schummel sogar schlecht. Nein, ich bin zu weit geflogen. Bro, okay. Schummel ist keine Option. Kalle, du hast halt wirklich auch den schlimmsten Deathrun ausgesucht, den Skip, Bro. Kalle ist Meister da drin. Ist so, es ist in jedem Spiel. Golfit, Fortnite, Minecraft. Für Golfit. Ich werde nie wieder mit Kalle spielen. Das ist eine Lüge. Boah, lass mal durchziehen. Lass echt durchziehen. Vollkott Kalle. Vollkott Kalle. Ich verlier trotzdem. Das ist halt das Traurige. Ich verlier trotzdem. Oh mein Gott, so schlecht, Kalle. Nein, du bist schlecht. Oh mein Gott, Digga. Warum? Kalle, du musst nicht ins Müll. Odermann, warum kannst du das? Ins Müll. Okay, Leute. Schummeln ist anscheinend auch keine Option, weil... Schlecht. Ich bin doch gesprungen. Ich bin gesprungen wie ein Keku. Kangaro. 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 Ich liebe Fortnite. Und ich bin so schlecht. Ich liebe Fortnite. Ich liebe Fortnite. meine ganzen Würfel, äh, meine ganzen Münzen sind weg. Ich weiß gar nicht, warum. Wo sind wir bei welchem Level? Ich glaube, das ist das Kalle. Also ich mein Level 2. Ich auch. Gibt man hier Impulse Nates? Impulse Nates. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Du kleiner Esel, du bist so ein Esel. Du bist der größte Esel. Nein, den bin runtergefallen. Wir haben doch eh Checkpointe, Noob. Ach ja. Schau, ich mach weiter. Boah. Ey, wir haben alles aus dem Leben verloren, weil irgendjemand seine Münzen gedrofft hat. Wir haben alles verloren, Mann. Also ich bin bei Level 5, heißt ich, ich bin bei Level 6. Okay. Kann ich mitnehmen? Aber ich bin jetzt bei Level 7. Dann bin ich bei Level... Nein, ich war auch kurz vor Level 8. Dann bin ich bei Level 9. 7. Nein. Bin ich bei Level 8, weil ich bin cool und danke Odoman fürs Fallen triggern. Kein Ding. Kein Ding, Biggie. 8. Und ich bin tot. 8. 9. 9. 9. Also, nein. Oh mein Gott. Ja, er ist tot. Also, ich bin nicht mal gesprungen. Ich bin nicht mal gesprungen. Gut, Kalle, sehr gut. Und ich habe keinen Impuls zum Schummeln. Also, Leute, das wird schwierig. Es ist so schön, Noobs bei der Arbeit zuzugucken. Ey, es ist so schön. Kalle, können wir jetzt fighten? Wir haben bei euch drei Kisten. Wieso? Mann! André hat die drei Kisten. Wir haben gar keine Kisten. Ah, stimmt. Ich bin noch nicht da. Mach gerade sauber. Er springt nicht. Der Charakter ist kaputt. Ja. Ich mache meinen Charakter gleich kaputt. Der ist schon kaputt, der Charakter von dir. Wieso springst du nicht? Man muss oben bleiben. Ich hasse dieses Spiel. Egal, egal. Warte, mach den hier und... André, deine Vionier schweckst du dir in deinen Mund, Mund, Nase, Augen, Arzt. Oh mein Gott. Freunde. Ihr seid so schluss. Ey, können wir aufhören, Digga? Ich hab's! Ich hab's! Ja! Uhuhuhu! Wenn es geil ist, wenn Kalle schreit auf Discord, man hört einfach nur die Hälfte, feier ich. Ich hab's geschafft! Wenn du das jetzt hättest machen sollen. Okay. So, wer kriegt jetzt die Kiste? André, warst du auf dem Feld? Nee. Oh yes. Aber nein, André hat es geschafft. Er kriegt die Kiste. Das ist fair. Oh ja. Weil ich hol jetzt die nächste Kiste. Ich mach so, ich hol mir eh... Ich hol mir nur Dings. Excalibur. Nur Excalibur? Ja. André wird überheblich. Will ich rasieren damit. Okay. Kann ich an, wie das Bounce-Level gehen soll? Kann ich an. Hab's geschafft. Okay. Leute, wir sind Erster gerade. Du wirst den Vorsprung ausnutzen. Ja, Mann, bitte. Nutzt das so richtig weit lange aus. Bevor Odo mal erst diesen Dings schon mitfindet. Ich Schweinefleisch esse. Genau. Okay. Level 2 geschafft. Ich schwitze. Sag mir, wie es ist. Ich bin an der Wand hängen geblieben, als wäre das ein Magnet. Na, vielleicht war es einer. Oh no. Aber dafür müsstest du ja aus Metall sein, damit du angezogen wirst. Magnet, Tilo. Ich stelle deine Muskel. Nein. Was geht, Kalle? Ich bin da. Nein, bist du nicht, weil ich bin weg. Okay, komm. Und ich habe... Level 4. Wie habe ich das verkackt? Hä? 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 Das... Nee. Hä? Nee, das finde ich gar nicht schön. Oh nee. Okay. Ah nee. Level 6. Ah nee. Level 7. Ah nee. Oh mein Gott. Leute, wir schaffen das. Bitte, Kalle, nimm die Käse und steck sie dir dahin, wo du es eh nicht gewinnen kann, weil ich werde deinen Arsch wegbrochen. Das ist so gar nicht. Okay. Ich bin bei dem Shop. Ich bin wieder zurückgelaufen. Oh, Dicker, da sind Fallen in den Eis. Ich bin in dem Shop. Ich bin einfach ein Level zurückgegangen. Wildge-Andre. Ah ja, ich. Where are you? Oh du Mann. Was geht? Okay, wohin gehst du? Wir haben doch schon Shop hier. Oh du Mann? Ich mache weiter. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt sagen, wir haben jetzt vier Sachen, wir können jetzt in den Fight gehen. Okay, wir gehen in den Fight. Wir machen nicht mehr weiter. Also wir haben eine Kiste, André hat drei Kisten, also ich spiel mit Spitzhacke. Oder man hat einen Pistel. Oder eine Spitzhacke. Bisschen ist euch in den Fight. Let's go. So Leute, wir gehen uns unsere Waffen erstmal holen. So Leute. So, 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 leider. So, so, so. Sing, so. Okay, wir haben eine einzelne Waffe. Nämlich. André, André sein Skin ist hat Wildeback. Digga, da ist der Schatten, neben ihr André. So, Skinn los, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit, los. Ah, ich schau weg. Okay, seid ihr ready? Ja, ja. Drei, zwei, eins, Fight. Okay. André wird Excalibur haben. Ohne Mann hat graue Pistols. Mit Double Damage. Du bist tot. Er hat Double Damage nicht gesnackt. Er hat Double Damage. Digga, wie smart. Also die Kampfer wird von André gebaut. André tot. Carlo ist Double Damage. Nein. Er holt sich's wieder. Nein. Yes. Digga, mein Aim ist so schlecht. Ohne Mann ist down. Ohne Mann ist down. Digga, wie schmeckt, wie schmeckt alle. Schmeckofazzo, Digga. Digga. André ist einfach auch Ninja. Alle down. Ah. Ohne Mann ist down. Touch, 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 touch. Äh, was machst du denn da? Digga, ich wollte Odo Mann fighten. Du bist so bad. Ich hab noch ein Leben. Odo Mann hat auch noch zwei. Und André hat noch alle, glaube ich, oder? Spielst du wirklich nur mit dieser Excalibur-Kacke? Ich bin tot, ich hab noch ein Leben. Ohne Mann, doch. Digga, wir müssen André wegholen, Odo Mann. Der hat einfach noch alle Leben. Excalibur ist zu broken bei ihm. Nee. André hat nur noch zwei Leben. Ich hab André schon gekillt. Echt? Ja. André tot, ich bin tot. Ich bin ganz raus. Du bist ein Pisser. Viele fragen sich, warum ich Goku Black bin. Weil ich böse bin. Ach so. Oh, yes. Wie viele hast du noch? Double Damage wird aus der Map gelöscht. Frage ich so, wie es ist. Warte, ich komm jetzt dich holen, Digga. Pass auf. Kommst du das? Hinter dir. Nein. Und Schuss. Ah! Ich bin sacked. Wo bist du? Oh mein Gott, wieso hab ich nicht geschossen? André ist so dumm, Digga. Digga, wo ist der? André, warte, warte jetzt. Man sieht Namen auf der Map und ich find ihn nicht. Warte, Double Damage ist bei mir jetzt weg. Der Rechner, der Rechner, der Rechner. Jetzt wieder da. Digga, wo bist du? Und gleich hab ich's. Ich hab richtig Panik mal. Wo bist du? Du bist tot in drei, zwei, eins. Und Kalle ist ein Idiot. Kalle ist der größte Vollidiot. Ich bin schon längst tot, du Noob. Oh. Oh.